Servus, liebe Freunde der gepflegten Wartham-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt den Titel schon gelesen, ihr wollt Leopard 2 Action, ihr bekommt Leopard 2 Action und gleichzeitig auch noch vielen Dank an das Gegnerteam. Warum? Da werden wir gleich in der Runde, die ich euch zeige, noch drauf zu sprechen kommen. Der Leopard 2, hier in diesem Video geht es um den A4, eine absolute Ikone vom Panzerbau, von Panzerkonstruktion. Ich selber durfte zwei Jahre lang auf so einem Bock als Fahrer unterwegs sein, also ich habe diese über 50 Tonnen selber durchs Gelände bewegen dürfen und das war ein absoluter Spaß. Es war wirklich eine riesengroße und auch krasse Erfahrung, diese 1500 PS gerade durchs Gelände zu bewegen. Und ja, ich habe da eine ganze Menge mitgemacht, Gefechtsschießen, Übungen auf dem Truppenübungsplatz in Munster, die Fahrschule in Munster. Also für diejenigen von euch, die selber in der Panzertruppe sind oder auch schon mal in Munster waren, ja, ihr kennt den Übungsplatz. Also da kann man schon wirklich richtig gut Dinge machen und ich muss ganz ehrlich sagen, es war wirklich eine geile Zeit auf dem Leopard 2 A4. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man mag das eigentlich gar nicht so glauben, so ein Kampfpanzer ist ja eigentlich eher so fürs Grobe, aber teilweise ist dann doch sehr, sehr viel filigrane Technik in dem Ding drin. Und ja, der Leopard 2 A4, finde ich, ist nach wie vor immer noch einer der schönsten Kampfpanzer, der schönsten modernen MBTs, die je konstruiert und je entwickelt wurden. Ja, er hat einen sehr kastenförmigen Turm, das ist nicht ganz so gut, wissen wir ja alle, Leopard 2 A5 oder auch Leopard 2 A6 mit den Keilen vorne dran. Die haben dann nochmal ein bisschen Verbesserung gebracht und der Leopard 2 A4 aber trotzdem einfach ein absolutes Zuckergerät, finde ich. Ja, von der Panzerung her auch, ja, eigentlich vollkommen brauchbar. Ja, ihr seht das hier, ihr habt näherer Komponenten mit 585 mm Schutz. Hier in Fahrtrichtung auf der linken Backe, auf der rechten Backe ist es ein bisschen weniger, da habt ihr halt hier auch noch die entsprechende Visiereinrichtung und dahinter auch noch ein bisschen Panzerung. Also das Panzerungskonzept an sich, Schwachstelle natürlich, die Kanonenblende, aber man kann halt nicht alles so dick machen, ist klar, Unterwanne sowieso. Aber an sich, dieses Fahrzeug einfach Zucker und wenn ihr wisst, wie ihr ihn zu fahren habt, dann ist das Ding einfach nur brutal. Ich habe euch jetzt eine Runde mitgebracht, in der auch wieder wirklich alles gepasst hat und in der ich auch, ja, euch so ein bisschen zeigen möchte, wie man diesen Leopard 2 A4 oder generell die Leoparden fahren kann. Es ist natürlich kein Muss, es ist wieder eine Karte, da habe ich euch schon mal ein Video von gezeigt, da war ich, glaube ich, mit dem schwedischen Panzer IV oder war es mit dem italienischen, ich weiß es jetzt nicht mehr, auf jeden Fall mit dem Panzer IV unterwegs, aber das ist ja nochmal eine andere Kiste, wenn man im Top Tier unterwegs ist und da gehen wir jetzt nochmal rein und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was drüber. 6,4 Sekunden Reload bei einer Expertencrew, das bekommt ihr, glaube ich, noch, meine ich, mit einer Asscrew, glaube ich, auf 6 Sekunden runter, genau und 6 Sekunden ist halt schon echt für einen menschlichen Ladeschützen wirklich richtig gut. Man kann sich darüber streiten, ob diese 6 Sekunden quasi mit einem menschlichen Ladeschützen auf Dauer zu halten wären, aber so haben wir es nun mal im Spiel, so ist es und es macht einfach nur unwahrscheinlich viel Spaß und das gucken wir uns jetzt in der Runde, die ich euch mitgebracht habe, auch mal an. So, die Karte Felder der Normandie und ich hatte euch ja gesagt, dass ich beim letzten Mal, als ich die Runde mit dem Panzer IV gefahren bin, die ich euch gezeigt hatte, genau das gleiche gemacht habe, wie hier jetzt. Ich will euch damit jetzt nur zeigen, unter anderem, dass es auch im Top Tier funktionieren kann, diese Position, die ich jetzt anfahre, einzunehmen und dass ihr auch von dieser Position aus die Gegner effektiv bekämpfen könnt. Das Thermal, was der Leopard 2 A4 hat, ist jetzt nicht das Beste, es ist sehr, sehr pixellig, also Generation 1 Thermal, aber immerhin besser als nichts. Das ist in einem Taggefecht nicht unbedingt von Bedeutung und muss man auch nicht unbedingt nutzen. Zum Aufklären mache ich es jetzt hier auf der Karte auch das ein oder andere Mal, weil da sieht man dann halt zwischen der Baumreihe oder zwischen den Büschen hier dann auch die Gegner mal deutlich besser. So, diese Position hier ist ja so eine absolute Schlüsselposition auf dieser Karte, wenn ihr die mal eingenommen habt, diese Position, dann solltet ihr die auch nie wieder hergeben. Warum? So, hier kommt jetzt schon ein Stritzwagen, glaube ich, ein 90-40 müsste das sein, ja, es ist ein Bill sogar, der eine Rakete hat. Er sieht mich aber nicht mehr, wir sehen ihn aber. Er hat uns in der Zwischenzeit mit seiner 40 Millimeter unsere Zieleinrichtung rausgeschossen, macht aber nichts, zielen können wir trotzdem immer noch. Diese Position hier, wie gesagt, solltet ihr nie wieder hergeben. Das bedeutet aber natürlich auch, ihr müsst auf die Minimap achten, ich sage es auch immer wieder und ihr müsst darauf achten, wie der Gefechtsverlauf halt eben einfach ist, ja. Das heißt, nicht nur die Map-Awareness, sondern auch selber gucken, von wo können die Gegner kommen und die Anfahrtswege kennen und vor allen Dingen auch hören. Also man hört die Gegner tatsächlich schon, je nachdem, was ihr natürlich für ein Headset habt, hört man die Gegner schon relativ früh. Der große Vorteil an dieser Position ist, ihr könnt hier sehr gut Hulldown spielen. So, der Schuss war jetzt eher schlecht. Ihr müsst halt nur bei so einem Panzer wie dem Leopard 2A4 darauf achten. Er hat 9 Grad Gun Depression, andere haben 10 Grad. Dieses eine Grad merkt man teilweise, wenn man hier auf solche, ja, sage ich jetzt mal, kleinen Anhöhen hochfährt, kleine Erhebungen, ja. Dass einem die 10 Grad oder beziehungsweise die 9 Grad deutlich bemerkbarer sich machen als bei 10 Grad. Aber sei es drum, wenn ihr das ein bisschen raus habt, dann könnt ihr damit natürlich deutlich besser arbeiten. Mit einem, sage ich jetzt mal, chinesischen oder einem russischen Fahrzeug ist diese Position von dieser Seite der Karte eher, ich sag mal, eher so semi-gut zu bespielen. Da müsst ihr euch dann schon Positionen suchen, wo diese kleinen Huggel hier ein bisschen niedriger sind. Weil die Gun Depression mit, bei den russischen und chinesischen Fahrzeugen mit 4, 5, maximal 6 Grad ist halt wirklich eher schlecht. Das kann man natürlich selber auch ein bisschen kompensieren. Aber auch hier, achtet da drauf, habt das im Hinterkopf. Ihr könnt nicht jede Position mit jedem Panzer gleich bespielen. Vor allen Dingen sind solche Positionen, gerade solche Positionen, wo ihr an Hinterhangstellungen spielen könnt, im Sinne des Rückwärtsgangs deutlich besser zu bespielen mit Fahrzeugen von den Amerikanern, mit Fahrzeugen von den Deutschen, aber auch mit Fahrzeugen von Schweden, ja. Finnland, wie auch immer, Großbritannien, weil die alle relativ, einen relativ, relativ guten Rückwärtsgang haben. Also gerade die amerikanischen und deutschen Fahrzeuge sind ja, was die Rückwärtsgänge angeht, schon ziemlich Zucker. Das muss man so sagen. So, hier kommt jetzt der nächste Wahnsinnige. Und ihr seht hier auch an der Stelle, was ich meine. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum nimmt der eigentlich jetzt nicht A ein, sondern ist hier nur auf Abschüsse aus, die Frage ist auf jeden Fall berechtigt, muss man auch dazu sagen. Aber auch hier müsst ihr natürlich gucken, Karte beobachten, Matchablauf beobachten, gucken, was macht das Team und dann den entsprechenden Zeitpunkt abwarten, wann ihr dann vorfahren könnt. So, hier vorne kommt, glaube ich, schon wieder der nächste. Ihr seht hier nämlich auch schon, wer es eben gerade noch nicht gesehen hat, vier Leute sind um A herum. Da guckt man natürlich und verlässt sich eventuell dann auch ein bisschen darauf, dass das Team dann nach A reinfährt, weil wir sind ja an der Stelle hier schon relativ weit vorne und können dafür sorgen, dass wir den Gegner blocken können und aufhalten können. Das heißt, der Gegner muss erstmal quasi an uns vorbei, bevor er dann in Richtung A kommt, ja. Wir sind zwar vielleicht jetzt, lass das hier, wir sind fast auf gleicher Höhe von A, aber lass das hier vielleicht 20, 30 Meter weiter vorne sein und somit können wir hier an der Stelle den Gegner schon viel, viel besser aufhalten. So, der Schuss war jetzt ein bisschen, naja, sage ich jetzt mal, ich wollte ihm eigentlich den Geschützverschluss gleich schon ziehen. Der Geschützverschluss war hier an der Stelle von ihm orange. Als er geschossen hat, ist ihm dabei der Geschützverschluss kaputt gegangen und wir konnten ihn hier jetzt in aller Seelenruhe rausnehmen. Bisschen Glück gehört halt auch mit dazu. Jetzt hat es unser Team geschafft, entsprechend A einzunehmen und ich glaube, es hat sogar, wenn ich es gerade auf der Minimab richtig gesehen habe, ein Teammate von uns auch aufgepasst und hier direkt noch ein Gegner rausgeschossen, der uns nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, aber vielleicht war das noch das, naja, ich glaube, das war noch das absolute Aufblitzen von dem Merkava, den wir gerade rausgenommen haben. So, und hier seht ihr jetzt, ich hatte es in dem Video mit dem Panzer 4 schon gezeigt, solche Schlüsselpositionen sind natürlich absolut Zucker. Und wenn das Gegnerteam das nicht so auf dem Schirm hat beziehungsweise auch sich nicht anpasst, im Sinne von, okay, wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir denjenigen, der da steht, in diesem Fall jetzt wir, dass wir den umfahren und irgendwie versuchen, anders zu kriegen, dann könnt ihr euch in so eine Position einfach reinstellen, da stehen bleiben, euch ab und zu ein bisschen bewegen, auf jeden Fall nicht immer in der gleichen Position stehen, weil sonst feuert vielleicht auch mal einer blind rein, so, da kommt der nächste Verrückte, der uns nicht mitbekommt. Konnten wir jetzt auch rausnehmen, 2210 Punkte, 8 Abschüsse. Und jetzt passiert halt eben was, was eigentlich nicht passieren sollte, nämlich, dass unser eigenes Team wieder viel zu weit nach vorne fährt, um hier wieder sich im Spawn-Camping zu üben. Wer es auf der Minimap gerade gesehen hat, hier oben war ein Gegner gespottet. Der steht hier, glaube ich, auch noch. Muss man jetzt mal gerade gucken. Schauen wir mal. Mal mit Thermal ein bisschen durch die Büsche gucken, ob da irgendwie, ob man irgendwie eine Wärmesignatur sieht. Ja, da vorne wird er beschossen. Da steht er. Ist ein TCM. So, zack. Genau da rein. Wieder rückwärts fahren. Und ihr seht es hier auch schon wieder, ne? Also, wir sind hier schon wieder recht dezimiert. Wir haben zwar ein paar Flieger in der Luft, aber trotzdem macht unser Team wieder genau das, was man eigentlich nicht machen sollte, nämlich dann nach dem Cap sofort nach vorne rommeln zum Gegner-Spawn und den dann rausnehmen beziehungsweise den dann bekämpfen. Das macht halt einfach relativ wenig Sinn. Zumindest, ne? Wenn man es so will, weil ich höre schon wieder so ein paar Ja, nee, überhaupt nicht und bla. Und das ist halt eben der natürliche Lauf der Spielrunde. Ja, das mag ja durchaus so sein, aber ihr wisst halt eben auch, der Spawnschutz der Gegner ist, glaube ich, weiß ich nicht, 20 Sekunden, 24 Sekunden, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann steht man selber halt vorm Spawn und der Gegner ist gespawnt und hat Sicht auf einen und man selber kann ihn halt nicht rausnehmen, weil wenn er stehen bleibt, er halt eben noch um diese 20 Sekunden oder 24 Sekunden Spawnschutz hat. Ja, und dann passiert nämlich genau das, was jetzt hier passiert ist. Wir waren vorher zu fünft, jetzt sind wir noch zu dritt. Zumindest auf dem Feld. Und alle, die jetzt hier vorgefahren sind, sind alle rausgenommen worden, bis auf ihn hier vorne, glaube ich. Ja, und wir stehen hier nach wie vor immer noch und verteidigen A nach wie vor immer noch erfolgreich. Das Einzige, was wir halt eben tun, wir pushen nicht nach vorne, sondern wir lassen den Gegner kommen. Wir haben ja auch keine Not. Der Gegner muss ja kommen. Wir haben A eingenommen, was für uns bedeutet, okay, wir können hier relativ ruhig in der Gegend rumstehen. Jetzt ist hier noch eine A10, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn die uns so eine Laserguided Bomb auf den Kopf schmeißt oder generell irgendwie eine Bombe auf den Kopf schmeißt, ist die ganze Schose dann hier gleich auch mal vorbei. Was man jetzt halt auch dazu sagen muss, der Gegner hat es jetzt auch nicht wirklich bisher nicht wirklich clever angestellt. Also es wäre dem Gegner, glaube ich, deutlich besser gelungen, wenn sie oben gespawnt wären und dann von der Zeppelin-Halle hier runter zu A gekommen wären. Dann hätten sie uns nämlich auch ein bisschen umfassender hier umgehen können. Dann hätten wir ein Problem gekriegt. Und ich glaube, das ist jetzt einem, ja genau, einem ist es gelungen. Hier dem T72M1, der hier steht. Grüße gehen übrigens raus an No-Aim, wenn ein No-Aimer gegen einen anderen spielt. Und er hat es an der Stelle jetzt genau richtig gemacht. Ja, also er kam irgendwo oben von der Zeppelin-Halle, hat sich halt eben durchgemogelt und wir sind jetzt hier an der Stelle einfach auf der Karte verteilt. Ich habe mich jetzt nochmal nach rechts abgesichert, habe nochmal in den Wald reingeguckt und geschaut, kommt da jemand, sehe ich da jemanden, um halt hier dann in A reinzuschauen und A dann hoffentlich verteidigen zu können. Ich mache jetzt hier allerdings einen kapitalen Fehler. Das werden wir gleich sehen. Denn er hört natürlich, von wo ich komme. Da ist er. So. Und er hat mir, er hat eine Millisekunde früher schießen können. Eine Millisekunde. Und hat mir gleichzeitig Kommandant und Richtschütze rausgenommen. Und hat mich natürlich folgerichtig einfach rausgepusht. Und mir dann an der Stelle natürlich vorne quer in die Wanne reingeschossen. Und mich dann damit natürlich rausgenommen. Also alles richtig gemacht hier an der Stelle. Ja, hat er gut gemacht. Und das ist ja genau der Punkt, ja. Er hat auch natürlich genau gewusst, A, klar, er kennt die Stelle, wo er hinschießen muss. Und natürlich ist es auch so gewesen, dass, ich hatte es ja euch vorhin gezeigt, hier ist es ein bisschen, auf der Seite ist es ein bisschen, ein kleines bisschen schwächer gepanzert. So. Und dann ist die Granate natürlich da, oder das Geschoss natürlich auch noch so durchgegangen, dass er hier einfach unseren Kommandanten und unseren Richtschützen gleichzeitig rausgenommen hat und wir gar nicht mehr in der Lage waren zu schießen. So, jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir hier nochmal so schnell wie möglich nach A reinkommen müssen, aber auch aufpassen, dass der T-72 uns nicht nochmal beschießt. So, ich glaube, da fährt er. Ja, genau, da fährt was. Zack. Gab eine Abschlusshilfe, jetzt ist er raus. Schön. 2787 Punkte und wir haben es jetzt hier nochmal geschafft, glücklicherweise, ihn hier rauszunehmen. Es steht aber noch einer in A. Deswegen können wir hier auch nicht cappen, und zwar ist es der 9040B hier vorne. Der kriegt jetzt mal, der ist jetzt gespottet, kriegt jetzt von mir Artillerie. Der T-72 hier rechts von uns pusht ihn. Ich habe mich da jetzt mit angeschlossen. Er hat ihn. Jetzt können wir Art zurückcappen. Deswegen setze ich hier jetzt auch zurück, um halt eben in der Deckung der Häuser bleiben zu können. So, das war jetzt zum Ende hin nochmal ein bisschen knapp. Mal gucken, wie viele Gegner noch drin sind. Ja, ungefähr die Hälfte vom Team ist noch da. Bei uns sind schon ein bisschen mehr raus. Für die Nuke reicht es noch nicht. So, er ist jetzt rausgebombt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob das die A10 gewesen ist oder eine A4. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, aber es war die A10. Glück gehabt, dass es... Sorry, dass es ihn erwischt hat und nicht uns. So, und ich versuche mich jetzt hier gerade wieder so ein bisschen umzuorientieren. Versuche hier ein bisschen Raum zwischen mich und die Gegner zu kriegen. Weil ich hier ganz gut hinter dem Haus stehen und die Anfahrt beobachten kann, ohne dass ich eventuell sofort als erstes gesehen werde. Zack. Das meinte ich nämlich. Dann rückwärts raus und gib ihm. Jetzt ist wieder einer in A. Mal gucken, wo der steht. Wer ist das? Der ist gerade nicht gespottet. Er ist jetzt wieder rausgefahren. Das muss der Bradley gewesen sein, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kann durchaus sein. Also Double Ace ist schon drin. Auch hier reicht es für die Nuke noch nicht ganz. Aber würde zeitlich sowieso keinen Sinn machen. Weil bis wir in der Luft sind, ist die Runde vorbei. Insofern an der Stelle brauchen wir gar nicht mehr in die Nuke reinzugehen. So, jetzt kommt hier noch der nächste Bradley. Er hat nicht gesehen, von wo er beschossen wurde. Wir warten den Reload ab. Er hat sich eingenebelt. So, wo hat er gestanden? Da steht er. Er schießt dankenswerterweise mit seiner Bordkanone auf uns. Somit können wir lokalisieren oder konnten wir lokalisieren, wo der Schuss herkam. Das war Abschuss Nummer 11. 3.676 Punkte. Zwei Zonen haben wir eingenommen, also zweimal A eingenommen. Eine Abschusshilfe haben wir kassiert. Und wir sind einmal selber rausgeschossen worden. So, ich glaube, ihr habt gesehen, dass auch im Laufe eines Gefechts eine entsprechende Dynamik entstehen kann, wenn ihr dafür sorgt, dass euer Team entsprechend agieren kann. Das haben wir hier getan. Man hätte jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen früher A zurückcappen können. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist an dieser Stelle hier auch alles bis dahin, bis zum Recap von A alles richtig gelaufen. Alles, was danach kam, war eher so, ich sag mal, unnötig. Ja, das war wieder so ein typischer Team-Move. Nach dem Cappen ran zum Spawn, alles wegschießen aus dem Spawn, was geht, um sich dann am Ende zu wundern, oh, wir haben ja unsere überlegene Position verloren, weil wir alle am Spawn weggeschossen wurden. Also, das sind immer so Sachen, da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr taktisches Verständnis halt eben kommt, weil es ist ja überhaupt nicht notwendig. Hat man den Großteil der Flaggen, kann man den Gegner auch einfach kommen lassen. Ja, ich weiß natürlich, dass viele das nicht wollen, viele sind halt eben auf ihre Abschüsse aus und so, klar, und wollen halt noch mehr Punkte machen, auch das ist klar, ja, aber trotzdem, ich glaube, viele verlorene Runden wären tatsächlich nicht nötig, wenn die Gegner, nicht wenn die Gegner, sondern wenn das eigene Team dann nicht einfach so, ich kriege keine Luft mehr und muss ganz dringend zum Spawn, um da noch den ein oder anderen rauszuschießen, ja. Dass natürlich im Laufe so eines Gefechts das passiert, das ist natürlich auch das Map-Design, ist klar, ja, also wenn das Gegner-Team am Spawn steht, ist die Runde meistens sowieso schon gelaufen. Aber man muss es ja nicht forcieren und gerade bei den offenen Spawns, wo man auch selber als derjenige, der vorm Spawn steht, eben nicht genug Deckung hat, so wie es hier der Fall ist auf dieser Karte und der Gegner schön aus dem Spawn rausschießen kann, indem man einfach seine Spawn-Time abwartet, abwartet, stehen bleibt, sich nicht bewegt und dann halt eben die Spawn-Camper rausschießt, naja, dann darf man sich nicht wundern, wenn man dann am Ende doch noch Runden verliert, obwohl sie eigentlich schon als gewonnen galt. Also das hier, sage ich jetzt mal, das war auch weit weg davon, dass wir das sicher nach Hause bringen. Aber ich denke, ihr habt gesehen, was da so möglich ist, auch hier wieder an der Stelle mit der entsprechend überlegenen Position, wobei man natürlich auch sagen muss, eine Position ist auch nur so überlegen, wie man sie selber bespielt, ja. Jetzt hat uns hier natürlich, auch das muss man zugeben, das Team auch ein bisschen mit in die Karten gespielt, aber trotzdem, so ist es am Ende gelaufen und so haben wir am Ende halt eben unsere Elfabschüsse machen können. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch, ich freue mich nach wie vor bei jedem neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dahin macht's gut, euer Aboon.